Die Hands-Free Heckklappe ermöglicht das Öffnen und Schließen der Klappe ohne eine Taste zu betätigen. Diese Funktion ist nur bei Fahrzeugstillstand und wenn der Antriebsmotor nicht vom Start-Stop-System in Bereitschaft gehalten wird, verfügbar. Zum Öffnen der Klappe muss sich die Renault-Karte im Empfangsbereich befinden. Zusätzlich ist jetzt wie gezeigt eine durchgängige Fußbewegung von hinten nach vorne im Erkennungsbereich durchzuführen. Bei Fahrzeugen mit Anhängerzugvorrichtung ist die Bewegung von links neben der Zugvorrichtung vorzunehmen. Das Schließen funktioniert auf die gleiche Art. Die Heckklappe schließt ca. 3 Sekunden nach Erkennung des Schließbefehls. Gleichzeitig ertönt ein Bestätigungston. Die Heckklappe kann im Notfall mit einem Hebel hinter der Abdeckung im unteren Bereich von Hand entriegelt werden. Der Klappe kann im Notfall mit einem Hebel hinterherabend werden. Die Gäste werden nicht wirklich deutlich ہوigen. Der Klappe kann im Notfall mit einem Gehäupteren. Der Klappe kann im Notfall mit einem Hebel hinterherabend. Der Klappe kann im Notfall-Plus-Radien befinden werden. Das Schließen kann im Notfall mit dem Notfall und dem Notfall mit einem Masfall mit einemrifft. Nach dem Motfall mit einem Schließbewegungs-Radierer befinden. Das Schließmittel ist das Schließbewegung im Notfall mit einem Schließbewegung. Vielen Dank.